Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, Analyse der Geisterakten. Ich weiß, viele von euch haben schon lange auf dieses Video gewartet. Ich arbeite auch schon eine ganze Weile daran, einige Monate. Ich habe sehr viele Kommentare und Mails zu den Geisterakten erhalten. Viele von denen, die überzeugt sind, dass alles echt ist. Von denen, die lange daran geglaubt haben und nun zweifeln. Von denen, die schon immer gezweifelt haben. Und von einigen Hatern, warum auch immer. Ich habe alle Mails gelesen und alle bis auf die Hater-Mails auch beantwortet. Danke für eure Mitarbeit. Ich hatte auch Mail-Kontakt mit dem Geisterakten-Team. Diese Mails waren sehr nett, höflich und respektvoll. Und ich hoffe, aus welchem Lager auch immer du kommst, du schaffst es ebenfalls, diesen Respekt gegenüber anderen Meinungen in den Kommentaren entgegenzubringen. Ich möchte hier keine Schammschlacht, weder hier im Video noch in den Kommentaren. Danke. Zu einem Treffen mit den Geisterakten ist es aufgrund von unüberbrückbaren Hindernissen leider nicht gekommen. Auch hieran würde ich sagen, trägt keiner die Schuld, sondern es ist bestimmten Umständen einfach geschuldet. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ich habe mir über eine sehr lange Zeit viele Videos der Geisterakten angesehen. Und ich habe auch teilgenommen an dem, was den Geisterakten in dieser Zeit widerfahren ist. Und das war einmal sehr unangenehm und das andere Mal einfach nur verachtenswert. Der sehr unangenehme Teil war, dass sogenannte Fans vor ihrem Haus standen. Eine absolute Horrorvorstellung auch für mich. Daher gebe ich auch so wenig wie möglich von mir preis. Das absolut Verachtenswerte war aber der angekündigte und durchgeführte Vergiftungsanschlag auf den Hund Libby. Glücklicherweise hat Libby überlebt. Dass das Team aus diesen und weiteren Gründen, welche sie in ihrem Video offene Worte dargelegt haben, nun wesentlich kürzer treten, ist nachvollziehbar. Ich arbeite schon eine ganze Weile an der Analyse der Videos von den Geisterakten. Sogar schon lange vor dem unangenehmen Vorfall mit den Fans. Und habe sogar überlegt, aus dem aktuellen Anlass die Analyse einzustellen. Ich habe mich dann aber doch dazu entschieden, dieses Video zu veröffentlichen. Es geht hier nicht um einen Schlammschlacht, sondern um das Ergebnis meiner ernsthaften und, wie ich finde, respektvoll konstruktiven Analyse des Kanals. Ich weiß, es wird einigen von Euch nicht gefallen. Aber wie Daniel selber in seinem Video offene Worte sinngemäß sagt, konstruktive Kritik ist manchmal nötig. Die Videos der Geisterakten sind auf jeden Fall extrem gut gemacht. Was auch daran liegt, dass der Kopf der Gruppe aus dem Bereich kommt und sich mit Videos sehr gut auskennt. Die Filme sind auf jeden Fall sehenswert. Die Frage ist nur, was sehen wir tatsächlich? Meine Vorgehensweise ist diesmal völlig anders als bei meinen anderen Videos. Ich werde aus rechtlichen Gründen keine Ausschnitte der Videos von den Geisterakten zeigen. Damit Du aber trotzdem weißt, welche Videostelle ich gerade bespreche oder analysiere, kannst Du Dir hier oben über das Info-i die Videostelle anzeigen. Dazu musst Du, wenn ich Dich dazu auffordere, Dir die erste Szene anzusehen, das Hauptvideo pausieren, dann auf das i klicken. Es erscheint eine Liste mit fünf Szenen, mehr sind leider nicht möglich. Hier klickst Du mit der Maustaste auf das Video. Es sollte sich ein neues Fenster öffnen, in dem Du das Video nun sehen kannst. Falls Du nach meinen Erklärungen etwas genauer betrachten möchtest, kannst Du auf Pause drücken und mit der Maus nochmals auf das i gehen und dann mit den Tasten Punkt auf Deiner Tastatur ein Bild weiter nach vorne gehen und mit der Taste Komma auf Deiner Tastatur ein Bild zurückgehen. So kannst Du Dir das Video auch Bild für Bild ansehen. Nachdem die Stelle, ich werde Dir sagen, wie lange der Videoausschnitt ist, abgelaufen ist, schließt Du das Fenster und gelangst wieder zu meinem Video. Falls Dich kein neues Fenster öffnen sollte, das liegt an den Einstellungen bzw. daran, welchen Player Du nutzt, gehst Du einfach hier oben auf den Pfeil zurück und dann gelangst Du wieder zu meinem Video. Jetzt kannst Du mir weiter zuhören und weißt genau, worum es geht. Ich habe von Euch sehr viele Hinweise und Videostellen bekommen, die ich analysieren soll. Exemplarisch werde ich das mit 5 Videoausschnitten machen. Videoausschnitt Nr. 1 Die bewegte Haarsträhne Die folgende Szene wurde mal eine Zeit lang im Trailer verwendet. So, nun bitte im Infobereich die erste Szene abspielen. Sie startet an der korrekten Stelle und Du musst sie eigentlich nur 10 Sekunden lang laufen lassen. Vielleicht musst Du auch noch die Werbung abwarten bzw. überspringen, falls das möglich ist. Erste Szene Die Geisterakten S01 E03 Die Pfarrer-Kraus-Anlagen Das ist eine sehr interessante Stelle. Man sieht deutlich, wie sich eine Haarsträhne vom Kopf von Verena nach links abhebt. Direkt nach der Frage, hast Du etwas gegen Frauen? Es wird zwar kurz erwähnt, dass es auch ein Luftzug sein könnte, aber dieses Erlebnis war für Verena so tiefgreifend, dass sie berichtete, erst einmal eine Pause einzulegen. An der Umsetzung dieses Ereignisses zeigt sich deutlich, dass hier Filmprofis am Werk sind. Die Inszenierung der Pause via Skype, der Rest des Teams sitzt auf dem Sofa, filmt sich dabei und dann kommt die Message von Verena. Diese Stelle im Video findet Ihr kurz nach der Szene mit der Haarsträhne. Müsst ein bisschen vorspulen, aber es ist eigentlich schon alles gesagt, was ich hier erzählt habe. Ich finde diese Vorgehensweise ganz und gar nicht verwerflich. Dadurch wird schließlich Spannung erzeugt, genau wie die ständig eingestreuten Clips abseits der Timeline zu den Erlebnissen. Aber eins sollte jedem klar sein, das sind inszenierte Szenen, damit die Spannung erhalten bleibt und der Film auch sehenswert bleibt. Aber nochmal zur Verdeutlichung, die Aussagen sind nicht gescriptet, sondern die nachträgliche Darstellung wird sehr gut in Szene gesetzt, völlig legitim, aber es sollte trotzdem mal erwähnt werden und jedem Zuschauer auch klar sein. Nun zur Szene selber. Diese zu faken wäre absolut kein Problem, aber diese Szene kann genauso gut echt sein. Als Erklärung käme eigentlich nur ein Windzug in Frage. Vorbeifliegende Fledermäuse oder ähnliches hätte man gesehen. Im Spinnennetz kann sie sich auch nicht verfangen haben, da sie ihren Kopf zu diesem Zeitpunkt nicht bewegt. Was mir allerdings aufgefallen ist, und ich wundere mich, dass es dem Geisterackenteam bei der Analyse nicht aufgefallen ist, vielleicht habe ich es auch überhört, ist folgendes. Nachdem Verenas Haarsträhne sich bewegt hat und sie den Kopf dreht, geht die Haarsträhne nochmals etwas hoch, so als hätte sie sich irgendwie verheddert oder wäre irgendwo festgebunden oder um in der Geisteranalyse zu bleiben, als ob der Geist sie immer noch festhalten würde. Dies ist besonders gut zu erkennen, wenn ihr, wie eingangs beschrieben, die Szene euch nochmals raussucht, die erste Szene, und mit dem Punkt und dem Komma auf der Tastatur die Szene Bild für Bild durchklickt. Liebes Geisteraktenteam, schaut euch diese Szene nochmals genau an. Vielleicht ist es euch gar nicht aufgefallen. Ich meine außerdem, ich sehe auf der linken Seite noch etwas anderes. Dazu bräuchte ich allerdings die schriftliche Genehmigung von euch, um dies genauer zu analysieren. Echt oder Fake, Geist oder Wind, es ist nicht zu klären. Hier kann jeder tatsächlich das glauben, was ihm am besten zusagt. Ich würde gerne das Originalmaterial analysieren, bevor ich mich hier eindeutig festlege. Videoausschnitt Nummer 2. Daniels Stimme aus dem Portal. So, nun bitte im Infobereich die zweite Szene abspielen. Sie startet an der korrekten Stelle und du kannst sie bei einer Stunde 0 Minuten und 20 Sekunden stoppen. Vielleicht musst du noch die Werbung abwarten bzw. überspringen, falls das möglich ist. Zweite Szene, die Geisterakten S02, E02, Stimmen aus der Tiefe. Hier passiert Folgendes. Es ist eine verlangsamte Stimme aus dem Portal zu hören. Die spätere Auswertung ergibt, dass es Daniels Stimme ist, die verlangsamt aus dem Portal ausgegeben wird, und zwar, bevor er die Frage gestellt hat. Es soll eine Art Zeitverschiebung stattgefunden haben, damit das Portal Daniels Frage ausgibt, bevor er sie gestellt hat. Hier wurde es selbst für einige seiner Fans sehr unglaubwürdig. Dazu muss man wissen, dass das Portal vor einigen Jahren von Steve Huff erfunden wurde und erfolgreich vermarktet wird. Ein Video von Steve Huff habe ich analysiert und es eindeutig als Fake entlarvt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Portal wird immer wieder als Empfangsgerät dargestellt. Das ist es nicht. Es empfängt gar nichts. Es ist ein reines Wiedergabegerät und funktioniert nur mit einer Quelle, die Daten enthält. Als Quelle kann alles Mögliche angeschlossen werden. Eine Spiritbox, ein Ghostradio und verschiedene Apps, wie beispielsweise die Portal-App von, ja richtig, Steve Huff. Außerdem können selbstverständlich auch eigene Tondateien aufgenommen werden und als Quelle für das Portal dienen. Egal, welche Quelle man verwendet, es ist klar, dass die Tondateien nicht aus Wörtern wie McDonalds und Döner bestehen, sondern so gewählt wird, dass meistens etwas Passendes herauskommt wie Grab, Friedhof, Kalt, Geh weg und so weiter. Um es mal ganz klar zu sagen, das Portal mit angeschlossener Datenbank spuckt auch im U-Boot oder auf dem Mond das aus, was als Daten gefüttert wurde. Kurze Zusammenfassung. Steve Huff hat das Portal erfunden. Ich habe ihn als Faker entlarvt. Das heißt, der Erfinder des Portals faked selber. Das Portal wird mit Audiodateien gefüttert, damit es etwas ausgeben kann. So, auch nun kann sich selber ein Bild von der gerade gesehenen zweiten Szene machen. Außerdem könnten die Wörter und Sätze aus dem Portal auch in CD-Qualität ausgegeben werden. Ohne Hall, ohne Rauschen. Es ist eine Datenbank, aber es wäre ja nicht so spooky und auch nicht im Sinne des Erfinders. Videoausschnitt Nummer 3 Die Türklinke So, nun bitte im Infobereich die dritte Szene abspielen. Sie startet an der korrekten Stelle. Du kannst sie bei 36 Minuten und 50 Sekunden stoppen. Vielleicht musst du noch die Werbung abwarten bzw. überspringen, falls das möglich ist. Dritte Szene Die Geisterakten S02E06 Der Psychobunker Hier sitzt Daniel in einem Raum und er fordert den Geist auf, die Tür zu öffnen. Immer wenn Daniel nicht hinsieht, bewegt sich die Türklinke. Das ist so ein typischer Geisterfilmkram, dass ich es für absolut unglaubwürdig halte. Warum sollte der Geist die Türklinke immer nur dann bewegen, wenn Daniel nicht hinsieht? Das macht absolut keinen Sinn. Entweder will der Geist bemerkt werden, dann würde er sich auch bemerkbar machen, dass Daniel es sieht. Oder er will nicht bemerkt werden, dann würde es auch keinen Sinn machen, die Türklinke zu bewegen, wenn Daniel nicht hinsieht. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit den Argumenten, dass der Geist nur gefilmt werden wollte. Das kam einigen seiner Fans auch seltsam vor und Daniel soll, wohlgemerkt, er soll in einer Facebook-Gruppe später gepostet haben, dass er auch davon ausgeht, dass ihm wohl irgendwelche Mitarbeiter der Bunkeranlage einen Streich spielen wollten. Sie hätten ihn wohl durch den Türspion beobachtet und demnach die Türklinke immer runterdrücken können, wenn er nicht hingesehen hat. Ob das tatsächlich stimmt, kann ich nicht sagen, da ich Facebook-Verweigerer bin. Eins zeigt sich aber auch hier deutlich. Die Dramaturgie durch den Einsatz der Musik absolut gekonnt, aber wie schon erwähnt, auch absolut legitim. Dass dies ein Geist war, glaube ich auf keinen Fall. Naja, Daniel wohl auch nicht wirklich. Videoausschnitt Nr. 4 Dämonen an der Decke So, nun bitte im Infobereich die vierte Szene abspielen, sie startet an der korrekten Stelle und du kannst sie bei 2 Stunden und einer Minute stoppen. Vielleicht musst du noch die Werbung abwarten bzw. überspringen, falls das möglich ist. Vierte Szene Die Geisterakten S02 E06 Der Psychobunker Obwohl auch Daniel, der Kinect, kritisch gegenübersteht, nutzt er sie weiter, da sie schöne Erfolge bringt. In der gleichen Folge bei einer Stunde, 51 Minuten und 11 Sekunden berichtet er über seine Zweifel an der Software und dem Gerät. Aber trotzdem wird, egal wo der Geist erscheint, selbst wenn er verringt unter der Decke hängt, so getan, als wäre er real. Ich habe mich mal intensiv mit der Kinect, woher sie stammt und was sie kann und was sie eben auch nicht kann, beschäftigt. Hier in Kurzform. Die Infos stammen von Kenny Biddle und zwar hat er einen Artikel geschrieben unter dem Titel Xbox Kinect and Paranormal Investigation. Wer sich da mal informieren möchte, einfach mal nach diesem Stichwort suchen. Kenny Biddle Kinect Paranormal Investigation Die erste Frage ist, warum wurde die Kinect ins Repertoire von Geisterjägern aufgenommen? Die Antwort ist sehr ernüchternd. Im Oktober 2012 erschien der Film Paranormal Activity 4 und brachte die Geisterjagdgemeinde auf die Idee, dass der Kinect Geister, Dämonen und so weiter sehen könne. Genau wie bei anderen paranormalen Geräten beruht die Idee auf einer Fiktion, in diesem Fall aus einem Horrorfilm. Die Geisterjäger entdeckten, dass die Kinect diese netten Strichmännchen in leere Räume erzeugte, in Häusern, von denen sie glaubten, sie seien Spukhäuser. Sie kamen sofort zu dem Schluss, dass sie Geister einfingen. Das ist eine irrationale Schlussfolgerung. Warum testen diese paranormalen Gruppen ihre Ausrüstung nicht an Orten, die nicht heimgesucht werden? Diese Strichmännchen tauchen überall auf, an jedem Ort, sogar auf dem Mond, wenn man es dort ausprobieren würde. Und ich glaube nicht, dass es dort allzu viele Geister gibt. Warum das so ist, wird nur klar, wenn man sich die Zeit nimmt, um zu verstehen, wie die Kinect funktioniert. Sie wurde zur Erfassung von Spielern vor der Konsole erstellt und es gibt genaue Informationen zur Aufstellung. Mobil war übrigens nie vorgesehen. Es gibt Informationen zur Positionierung, zur Entfernung der Spieler und so weiter. All dies wird von den Geisterjägern ignoriert. Es wird ignoriert, dass die Soft- und Hardware aber genau darauf abgestimmt wurde. Sie ist noch nicht einmal dafür entwickelt worden, dass jemand auf dem Sofa sitzt. Selbst dann kommt es schon zu Fehlinterpretationen. Kenny Biddle testete die Entstehung von diesen Strichmännchen. Er stellte die Kinect im Keller auf und richtete sie auf einen Raum mit Regalen, einem alten Waschbecken und einigen gepackten Müllsäcken. Auf einer der Säcke war natürlich prompt ein Strichmännchen abgebildet. Als der Müllsack bewegt wurde, war das Strichmännchen weg. Richtete man ihn wieder schön auf, konnte auch das Strichmännchen wieder kommen. Kenny konnte auch problemlos seinen Staubsauger als Strichmännchen erkennen lassen, wenn er dies provozierte. Aber was ist, wenn das Geister Strichmännchen mit einer lebenden Person zu interagieren scheint? Bei der Beantwortung dieser Frage sind einige Details zu beachten. Zunächst ist die Verfolgung der Personen vom Tiefensensor abhängig. Wenn das Ende einer Couch ein Strichmännchen hervorruft und du neben der Couch stehst und deinen Arm ausstreckt, ließ der Tiefensensor dich als einen der beiden Teile der Couch bzw. der Kinect wird sie als einen zweiten Spieler sehen und versuchen, die Strichmännchen der beiden Spieler Couch und Person sowie der Kinect die Dinge sieht, zu trennen. Und schwupps entsteht eine neue, nicht vorhandene Person. Das hat Kenny getestet und es funktioniert wunderbar. Diese Strichmännchen entstehen vorzugsweise an Gegenstände wie Rohre, Sofas, Staubsauger, Besen, Treppen und so weiter. Es gibt mehrere Ebenen für die Entstehung der Strichmännchen-Geister. Eine ist die Einschränkung in der Software, die dadurch verursacht wird, dass eine Maschine gezwungen ist, Vermutungen anzustellen. Eine andere Ebene betrifft den Menschen, die sich einfach nicht an die einfachsten Regeln halten, dass der Spielbereich außer für die Spieler frei von Hindernissen sein muss und die Kinect so aufgestellt werden soll, wie es in der Anleitung steht. Denn dafür ist die Software geschrieben und die Hardware entwickelt worden. Außerdem steckt noch die Leichtgläubigkeit der Geisterjäger dahinter, diese Technik nicht zu hinterfragen, sondern sie einfach nur für ihren Nutzen zu interpretieren. Also ich halte diese Kinect für absolut unbrauchbar, um Geister sichtbar zu machen. Wie gesagt, weitere Informationen gerne selber ergoogeln, der Bericht ist relativ lang und sehr ausführlich und sehr lesenswert. Zu den Gerätschaften der Geisterjäger, also jetzt nicht speziell auf die Geisterhacken zugeschnitten, werde ich mal ein extra Video erstellen, um die Funktionsweise zu erklären, um zu zeigen, was sie können und was sie eben nicht können. Dazu werde ich mir aber mit Sicherheit jemanden einladen, der sich mit diesen Gerätschaften auskennt und auch damit arbeitet. So, soviel zu der Kinect und diesen tollen Strichmännchen. Sehr wirkungsvoll, aber meiner Meinung nach absoluter Unsinn. Videoausschnitt Nr. 5 S02-E07, das Tal der Verbannten Augen im Wald So, nun bitte im Infobereich die fünfte Szene abspielen. Sie startet an der korrekten Stelle und du kannst sie bei 46 Minuten und 55 Sekunden stoppen. Vielleicht musst du noch die Werbung abwarten bzw. überspringen, falls das möglich ist. Fünfte Szene Es ist sicherlich für den einen oder anderen unheimlich nachts im Wald. Aber sich darüber zu wundern, dass man Schritte hört, finde ich schon echt seltsam. Es soll ja Tiere geben, die im Wald leben und Schritte verursachen. Und wenn man diese Tiere anleuchtet, dann reflektieren auch die Augen. Selbstverständlich. Es ist absolut nichts Paranormales passiert, wird aber durch Musik usw. so in Szene gesetzt, dass es etwas sehr Bedrohliches hat. Das ist auch ein typisches Stilmittel der Geisterakten. Peter bei Minute 48 und 30 Sekunden wird gemutmaßt, dass es eventuell nur ein Reh gewesen sein könnte. Das wird aber schnell verworfen, da es dann angeblich nicht so lange dort stehen geblieben wäre. Eine kurze Erklärung, warum Rehe im Scheinwerferlicht von Autos stehen bleiben, das ist wohl sehr gut vergleichbar mit einem Reh, welches geblendet wird. Rehe bringen den Scheinwerfer und auch Licht weder mit einem heranlanden Auto in Verbindung noch mit einer Gefahr. Anstatt zu pflichten, bleiben sie deshalb im Lichtkegel stehen. Ein solches Überprüfungsverhalten hilft normalerweise in anderen Situationen, eine Gefahr einzuschätzen, um angemessen reagieren zu können. Hinzu kommt, dass das Reh geblendet wird und der umgebende Raum fast aus seiner Wahrnehmung verschwindet. Der Lichtkegel verursacht einen Tunnelblick und das Reh kann keinen Fluchtweg ausmachen. Bleibt nur noch die Frage, sehen Rehe das Infrarotlicht? Meine Recherche ergab, dass sie es offensichtlich wahrnehmen, dass sie fast immer in die Richtung sehen, aus der das Infrarotlicht kommt, wenn man sie anleuchtet. Ein Augenpaar, welches offensichtlich das Licht reflektiert, wird wohl ein ganz gewöhnliches Lebewesen sein und kein Geist oder ähnliches. Oder glaubt jemand ernsthaft, dass die Augen von Geistern Licht reflektieren? Ich nicht. Das wird hier zwar nicht behauptet, klar, aber durch die Dramaturgie wird schon impliziert, dass es etwas war, wovor man Angst haben muss. Und genau so wird ein guter Film gemacht und genau so wird es auch hier gemacht, was aber durchaus legitim ist, wenn man die Mechanismen eines guten Films kennt und durchschaut. Ich weiß, es gibt noch viele weitere interessante Szenen, wie die Geisterhand auf Stephans Handy aus der Episode Das Hotel des gefallenen Engels oder die Schattengestalt aus Episode 2, das vor Großfürth Konstantin oder den Movement-Test aus Episode 4, Das Doppelmordhaus, als sich der Bleistift bewegt hat. Sehr interessant ist aber auch diese Stelle, Hotel des gefallenen Engels, Teil 1, bei 7 Minuten und 50 Sekunden. Eine Schattenperson geht vorbei. Aber um einer dieser Aufnahmen sinnvoll analysieren zu können, müsste ich die schriftliche Zustimmung der Geisterakten benötigen, da dies ansonsten nicht möglich ist. Und ich gehe mal davon aus, dass das Team der Geisterakten dieses Video sehen wird. Außerdem gibt es noch viele Stimmen und Geräusche, die aber praktisch nicht zu analysieren sind. Hier könnte ich nur Vermutungen anstellen. Aber jeder, der schon mal nachts in einem Gebäude unterwegs war, der weiß, dass es dort niemals absolut still ist. Es sind immer Geräusche vorhanden, welche in die eine oder andere Richtung interpretiert werden können. Ich als Skeptiker kann mir diese Geräusche in fast allen Fällen erklären. Und zwar ohne Geister. So, was ist nun bewiesen? Fake oder nicht fake? Ich weiß, für die Fans von den Geisterakten bin ich wahrscheinlich schon zu weit gegangen, dass sich mit dem Aufbau der Gerätschaften, das kommt später noch, und die Gerätschaften selber in Zweifel ziehe. Insbesondere das Portal, welches von Steve Huff erfunden wurde, der meiner Analyse nach selber faked. Für die Zweifler von den Geisterakten bin ich wahrscheinlich nicht weit genug gegangen. Aber ich habe mich weder von der einen Gruppe noch von der anderen Gruppe in meiner Analyse beeinflussen lassen. Ich habe zumindest versucht, mich an den Fakten zu orientieren. Falls Du es bis jetzt geschafft hast, das Video anzusehen, ohne einen Kommentar zu schreiben, bitte ich Dich, freundlich und sachlich zu bleiben. Falls Du schon einen Kommentar geschrieben hast, bitte ich Dich, nochmal zu überprüfen, ob dieser Kommentar Deinem Niveau entspricht. Es wäre schade, wenn ich ihn löschen müsste. Fake oder nicht? Zumindest bei dem Portal, welches die Stimme von Daniel auswirft, bevor er die Frage gestellt hat, bin ich mehr als misstrauisch. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass sich das tatsächlich so abgespielt hat. Das ist aber nur meine Vermutung. Die Wahrheit kennen nur diejenigen, die dabei waren. Also weder die Fans, noch die Skeptiker. So, nochmal eine kleine Zusammenfassung und Fragen, die ich mir so stelle. Die Geisterakteln sind eine perfekte Inszenierung durch Schnitttechnik und Ton. Man sieht, dass Profis am Werk sind. Inszenierung heißt nicht, dass alles gestellt ist, aber vieles wird nachträglich dann doch noch in Szene gesetzt. Zu den K2s. Sie machen immer eine Story daraus, egal wie die Lämmchen blinken. Ich könnte, und da bin ich mir sicher, eine vorgegebene Reihenfolge programmieren, welches K2 auf Ja oder Nein wann blinkt. Es ergebe eine Story. Falls die Blinkantworten unstimmig sind, gibt es auch dafür immer eine logische Erklärung. Es sind mehrere Geister anwesend, der Geist darf nicht reden, und so weiter. Es passt irgendwie immer. Wenn die Geschichte der Orte vorher bekannt ist, ist klar, in welche Richtung die Fragen für das K2 gehen und in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln wird. Was ich noch kritisiere, sind diese Strichmännchen, die praktisch immer als Geister interpretiert werden. Egal, ob sie verdreht an einem Rohr hängen, viel zu klein sind oder sonst was. Es wird wirklich etwas zu wenig in Zweifel gezogen. Es gibt aber auch durchaus interessante Fotos von Locations. Aber auch hier, insbesondere bei den Schatten, können auch Blitzlichter, Taschenlampe hinter den Personen oder sonstiges diese Schatten hervorrufen. Die bewegte Haarsträhne ist ebenfalls sehr interessant. Aber auch hier sind nicht Geistererklärungen möglich, Wind und so weiter. Zumindest ein Profi ist im Team, der sich mit Videos auskennt. Er könnte manipulieren, was ich aber gar nicht behaupten möchte. Zumindest er könnte aber wesentlich kritischer sein, da er alternative Möglichkeiten kennen sollte. Berührungen, Kälteempfindungen und so weiter wären nicht ausreichend hinterfragt. Es könnte Wind oder sonstiges gewesen sein. Außerdem sind diese Aussagen auch subjektive Empfindungen und keine objektiven Messwerte. Aus diesen Gerätschaften, die Stimmen auswirfen, egal welche Art es jetzt ist, wird auch immer schön gesagt, was wir aus den Stimmen hören sollen. Damit werden die Zuschauer in eine vorgegebene Richtung gedrängt und haben kaum die Möglichkeit, selber etwas zu hören. Da spiele ich mal einen kleinen Einspieler ein. Den Effekt kennen sicherlich eine. Es heißt Hit-Verhörer. Musik 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 So, wie ihr jetzt hier nun hören konntet, man kann schon das Gehirn manipulieren und ihm sagen, was es hören soll, auch wenn etwas völlig anderes gesungen wird. Dann kommt noch das Problem der Pareidolie. Es wird zu selten wirklich erwähnt, obwohl es meistens die richtige Antwort ist. Hier habe ich auch noch ein sehr schönes aktuelles Beispiel. Ich blende das mal kurz ein. 4. November 2019 Im Harz entdeckte eine Wanderin auf einem ihrer Fotos eine mutmaßliche Leiche. Hier ist das Foto. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Weil eine Harzwanderin meinte, auf einem ihrer Landschaftsfoto eine Leiche entdeckt zu haben, hat es an der Rostrappe bei Thale einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Die Einsatzkräfte fanden am abgebildeten Ort allerdings keinen Toden, sondern nur einen umgestürzten Baum, wie die Polizei am Samstag mitteile. Der Baum, der aus der Ferne wie eine Leiche aussieht, hatte die Polizei seit Freitag auf Trab gehalten. Einsatzkräfte hatten nach dem Hinweis der 25-Jährigen das Gelände intensiv abgesucht. Auch ein Hubschrauber und die Bergwacht seien im Einsatz gewesen. So viel mal zur Pareidolie. Außerdem fragt sich niemand ernsthaft, warum diese Stimmen aus dem Portal usw. so spooky verzerrt sind. Die Gerätschaften arbeiten mit Datenbanken. Die Wörter sind alle digital hinterlegt und könnten auch in CD-Qualität wiedergegeben werden. Das wäre allerdings nicht so gruselig. Dann interessiert mich noch, wann und wie haben die Geister gelernt, die richtigen Wörter aus diesen Kisten auszuwerfen, selbst wenn sie in einer Sprache sind, die sie zu Lebzeiten nicht gesprochen haben. Wir Lebenden schaffen es ja noch nicht einmal, die Kippo zu entschlüsseln. Außerdem fände ich es doch mal ganz spannend, wenn diese Geister immer Gegenstände bewegen können. Warum nehmen sie nicht einfach mal einen Bleistift in die Hand und schreiben uns was auf? Außerdem sind mir häufig zu viele elektrische Geräte eingeschaltet. Und sie liegen in unmittelbarer Entfernung zum K2. Dass dies Störungen und Fehlmessungen verursacht, sollte eigentlich jedem klar sein. Auch die Funkgeräte, die sie meistens dabei haben, verursachen Fehlmessungen. Ganz im Gegensatz wird dann aber der Strom abgeschaltet. Wie zum Beispiel in die Geisterakten, das vor Großführt Konstantin bei 3 Minuten 50. Bei den Geisterakten SE 01 E 08, das Hotel des gefallenen Engels Teil 1, an der Stelle 1 Stunde 53 Minuten und 35 Sekunden muss man sich mal genau umsehen. Auf dem Tisch liegen der Ovilus und eine Spiritbox sowie das Portal. Quasi mitten darin liegt der K2. Dass der dann zeitweise Schwankungen im EMF-Feld anzeigt, kann selbstverständlich durch die Geräte vorgerufen werden. Bei der verwackelten FS-Aufnahme bei 2 Stunden 06 und 10 Sekunden sieht man sogar, dass direkt neben dem Portal das Notebook steht. Von daher ist es vollkommener Unsinn, wenn man in unmittelbarer Entfernung ein K2 hinlegt. Dann gibt es noch solche schönen Stellen wie in das Hotel des gefallenen Engels Teil 1. Das Licht plackert sowieso die ganze Zeit. Erklärung, da das Licht sowieso die ganze Zeit plackert, wurde der Geist aufgefordert, das Licht an- und auszumachen. Und es passiert nochmal. Wohlgemerkt, das Licht plackerte die ganze Zeit schon. Und sofort wurde es auf die Geister geschoben. Die sind wirklich hier an allem schuld, was passiert. Da gibt es noch eine schöne Stelle aus der Episode, das Hotel des gefallenen Engels Teil 1, 2 Stunden 10 Minuten 25 Sekunden. Hier soll der Geist auf das Handy zeigen. Egal wie unförmig oder zu lang die Finger wirken, es ist immer alles automatisch ein Geist. Leider kann ich das Foto hier nicht zeigen. Ich könnte euch noch weitere Hände und sogar das Gesicht von E.T. zeigen, da ich eine ausgeprägte Pareidoli-Fähigkeit besitze. Und nichts anderes ist hier zu sehen, falls nicht absichtlich etwas nachgeholfen wurde, was ich aber nicht behaupte. In der gleichen Folge bei Timecode 2 Stunden 15 Minuten und 16 Sekunden ist auch wieder sowas völlig Typisches. Die höheren Mächte der Finsternis nehmen sich natürlich Zeit für die Geisterjäger dieser Welt. Hier taucht der Belzebub auf. Portal Belzebub ist hier Daniel. Der Belzebub ist der zweite nach Satan persönlich. Naja, Satan hatte wohl gerade Besseres zu tun. Fake oder nicht? Zumindest beim Portal, welches die Stimme von Daniel auswirft, bevor er die Frage gestellt hat, bin ich mehr als misstrauisch. Ich glaube das nicht, dass es sich so tatsächlich zugetragen hat. Das ist aber meine persönliche Vermutung. Die Wahrheit kennen nur diejenigen, die dabei waren. Also weder die Fans noch die Skeptiker von den Geisterjägern. Wenn man sich jetzt mal ein Gesamtbild von diesen Aufnahmen macht. Es passiert eigentlich nicht mehr oder weniger als bei anderen Geisterjägern. Wenn man die Erklärungen wegnimmt, die da zwischendurch immer reingeschoben werden, die Interpretationen, die entstehenden Geschichten durch die Ja- und Nein-Antworten des K2, die Geräusche, welche interpretiert werden und in alten Gebäuden immer vorhanden sind und die Aussagen der elektronischen Geräte, welche zumindest sehr umstritten sind, bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig. Aber durch die Verwendung des gesamten, auch umstrittenen Materials, gepaart mit Zwischenschnitten, abseits der Timeline, mit guter Schnitt- und Tontechnik, entsteht das, was man bei den Geisterjagern sehen kann. Wenn man es genau betrachtet, gibt es einige wenige interessante Aufnahmen. Ansonsten passiert nicht mehr oder weniger als bei anderen Ghost-Huntern-Teams. Nur hier ist der Unterschied, es wird filmisch exzellent umgesetzt. Schnitt- und Tontechnik machen hier eindeutig den Unterschied und die verwendete Technik wird zwar hin und wieder hinterfragt, aber sie wird weiterhin verwendet, da sie die Effekte bringt, aus dem der Film letztendlich gemacht wird. Fake oder nicht, ich denke, das allermeiste dieser Aufnahmen ist schon so entstanden. Okay, mit der Spiritbox, da habe ich gerade schon was zu gesagt, das glaube ich nicht. Alles andere wird nur super umgesetzt und dadurch entsteht der Film, den wir hier ständig bei den Geisterjagern sehen können. In der Qualität, in der Aufmachung und mit der Musik- und Schnitttechnik, die die Fans so begeistert. Fassen wir doch nochmal zusammen und schauen uns diese 5 von sehr vielen Zuschauern gewünschte Szenen an. Also, die Szene 1 mit der Haarsträhne. Das ist zwar etwas Ungewöhnliches, keine Frage, aber auch hier könnte durchaus Wind die Ursache gewesen sein oder auch andere Möglichkeiten kommen noch in Betracht. Und obwohl diese Szene doch so gut von den Geisterakten auch analysiert worden ist, wundere ich mich doch, warum das zweite Mal, als der Kopf gedreht wird und die Haarsträhne sich nochmal etwas anhebt, dass dieses nicht gesehen oder auch nicht erwähnt worden ist. Ist es etwas Paranormales? Ich denke mal, nein. Die zweite Szene mit Daniels Stimme aus dem Portal. Also, da ich von diesem Portal überhaupt nichts halte und Steve Huff, der Erfinder, auch selber dieses Portal oder mit diesem Portal faked, muss ich hier ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass sich das so zugetragen hat. Das halte ich persönlich für einen Fake. Dann haben wir noch die dritte Szene mit der Türklinke. Ja, das sieht noch nicht mal sonderlich spooky aus. Es wird aber super in Szene gesetzt und wie schon erwähnt, auch Daniel glaubt nicht wirklich daran, dass hier ein Geist am Werk war. Also auch hier nichts Paranormales. Der vierte Videoausschnitt, die Dämonen an der Decke, also diese wunderschönen Strichmännchen. Ich denke mal, da habe ich auch genug zu gesagt, auch hier sieht man absolut nichts Paranormales. Und beim fünften Ausschnitt, das Tal der Verbanden, die Augen im Wald. Ja, hier ist wirklich nur ein Tier angeleuchtet worden und die Augen haben das Licht reflektiert. Auch hier absolut nichts Paranormales. Und genau das unterstützt auch meine These. Es passiert hier bei den Geistsaken nicht mehr als bei vielen, vielen anderen Ghost Huntern auch. Es wird nur wesentlich besser inszeniert, es wird wesentlich besser gefilmt, geschnitten, vertont und durch die abseits von der Timeline eingestreuten Kommentare auch wesentlich dramatischer dargestellt. Das ist eine Kunst, die beim Film angewandt werden darf. Das ist durchaus rechtens. Aber wenn man sich dessen bewusst wird, sollte einem klar werden, bei den Geistsaken passiert nicht mehr als bei anderen auch. So, das ist meine Aussage, die ich zu den Geistsaken treffen werde. Ich freue mich auf eine niveauvolle Diskussion in den Kommentaren. Aber schreibt bitte Kommentare, die eurem Niveau entsprechen und die ihr auch gerne lesen wollt. Kritik ist erwünscht, Beleidigung verstärkt kein Argument, sondern wird nur von mir gelöscht. Das wäre schade drum. Ich hoffe, dass die Eingrion veget certaine geheime вопросe. Ich hoffe, es wird wieder in die Mitte der Tür courts品 Officer lessoniert.